hallo liebe tiefste freunde zu einer neuen ausgabe von vr football mit der nächsten woche zweiter spieltag ja wir trainieren passspiel und würde ich mal sagen dann natürlich wie immer das altbekannte spielchen wir machen weiterbildung sport treiben genau das passt wir vergessen das andere passt auch alles genau genau das haben wir alles weit im griff das ist auch okay ja hier haben wir einen ganz interessanten spieler hier im jugendbereich 17 und hier unten auch noch mal das wäre schon interessant und kurz das gautig anschauen ein bisschen teuer hier wo vereinslos ist der hier warte mal den körper noch verpflichtende hat es ja noch 20 32 tage ein ganzes aber kann ich nicht jetzt hier mal ihr verdanks gespräch genau für die zweite mannschaft von mich nur und würde ich sagen wenn man es mal so was haben wir hier ein paar einladungen ja die wollen natürlich alle wahrnehmen ist auch klar so sport sein geht nicht so weiterbildung am montag hast du das machen wir weg das machen wir so hin genau robustheit das passt ok da hätte ich gerne pressing uns geht zwischen pressing da pressing und hier auch dafür machen wir hier nur Pässe genau nee haben wir schon Technik Technik genau gut gut go zweite mannschaft zweite mannschaft die kippchen du 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 das du 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 Ah, schade, war da leider ein bisschen zu viel. Nicht zufrieden, warum? Mhm, ok. Ok, gut, wir bleiben so. Das gefällt mir ganz gut, das erste Spiel war ja ganz ok, würde ich sagen. Ja. Genau. Dann sind wir auch noch raus. So. Ein Torwart reicht hier nämlich. Offensivsturm. Ja, das reicht soweit. Gut, go. So. Machen wir das mal so, würde ich sagen. Genau. Ok, go. Mal sehen, dass es heute genauso funktioniert. Jawoll. Kuh kacka. Kuh kacka. Nichts. Hal. Mal sehen, dass das andere, was aber auch noch die andere haben. Dass es jetzt nachher schießen. Wie kam es zufrieden? Eigentlich interessiert, warum Sie uns für heute die andere. Das ist schon mal so. Wir müssen uns da. Auf geht's, komm! Ja, wohl! Oh, Schiri! Oh, Leistenzerrung, der Mahlen! Kommt der in Tüste rein? So, der Kaka wird von uns gelobt, aber erstmal. Ja, passt! Okay, jetzt! So, wir wechseln, Bellingham für der Hu, Diallo für Terrier, und wie schaut es da hinten aus, Defensiv, Moisee war für Akanji, würde ich sagen, und dann geht es weiter, wir nehmen mal taktische Gründe, und Fug, ja super. So, dann haben wir jetzt hier nochmal den Leitner, genau, den nehmen wir rein für den Kukaka, jetzt wunderbar, sehr gut. So, dann gehen wir an, wie geht es weiter, Nächste Woche Wir trainieren Offensivspiel Was war das eigentlich mit der Targobank? Komisch Targobank Passt Wo kommen jetzt die Die ganzen Spiegler hier Haben die die hochgezogen oder was? Ah, die haben die hochgezogen, okay Interessant Macht der Trainer automatisch Auch nicht schlecht Wo ist denn das Talent hier, das hier? Okay 12 Tage ist ja von jetzt wieder der Mahnen So, ich konnte Und go Was ist das? Was ist das? Champions League, jetzt wird es interessant für uns, gegen wen dürfen wir ran, ist die Frage, Barcelona, Marseille und Rubin Kazan, das ist die Bayern-Gruppe, okay, Okay. Gut, dann haben wir die Auslosung. Ja, wird interessant. Nein. Nein. Zuh. Zuh. Ja, wir bleiben wieder so. Ganz klar. Ne, wir spielen sehr offensiv. Wenn dann... Machen wir so. Und... Go. Ja. 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 Nie, da. Ja. Ja. Jetzt geht doch. Gut, wir machen weiter. Läuft nicht so wie erwartet, jetzt machen wir mal was anderes. Bellingham kommt da rein, wir machen mal was Neues hier und der Rick kommt hier rein, wenn ich was testen will. Taktische Gründe, okay. Yes. 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 Berge. Ne. Okay. Sehr gut, steigert sich. So, wir trainieren jetzt Überzahl und Unterzahl, würde ich sagen. Hm, das passt. Müssen wir mitglieder werben hier, oder? Müssen wir die Kampagne durchführen. So, schon mal ein bisschen hier das tun. Und, ja, alle Neugeborenen bekommen einen Strampler hier. So, geht doch. Mm-hmm. So, wir werden jetzt hier mal kurz den Torwart hier nach unten schieben. In die zweite Mannschaft, weil den brauche ich jetzt hier nicht. Cool. Cool. Ähm. Ähm. Wir werden jetzt mal ganz zurück, schnell gehen, weil ich wissen will, wer hat hier welche Aufgaben? Wo ist jetzt hier? Da kommt es noch. Das kommt nochmal, ne? So. Die Aufgaben sind ganz wichtig, weil... Die Reihenfolie entscheidend ist. Was haben wir hier? Ah ja. Deadline. Wir werden jetzt mal drübieren. Wir werden jetzt mal kurz sehen. Dann... Wir werden drübieren. Wir werden dann ne, bitte nicht... Halt. 48 Millionen. Ja, ist klar, ne? Das war's. Leider nicht meine Zieltruppe. Nö, da nichts. So, der bekommt so viel vielleicht, wenn's gut geht. Ja, das ist nett. Kennen wir einen Abend. So, Aufgaben verteilen. Wo ist denn der Kapitän? Hier. Ach, der Brand ist eigentlich Kapitän. Ist auch heiß. Wo ist denn? So, Freistöße. Das machen bitte auch andere. Ja, da ist es. 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 Okay, Elfmeter macht der Malen. Ja, oder das Zweite bitte nicht der Kanji, sondern es macht bitte Beringham oder ein Brand. Ja, da ist es. Ja, genau. Gut. Okay. Wenn wir uns mal ein bisschen was verändern, würde ich sagen. Ein bisschen durch wechseln. Ein bisschen durch wechseln. Ja, da ist es. 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 Ja, da ist. 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 Ja, da ist es. Ja. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, da ist es. in den Brand. Das war's, ne? Genau. Nein. Leider nichts. Oh! Hm. Hallo? So. Hm. ja wir könnten mal was probieren und zwar mal was überlegen da kann ich hier rein für den dika auf jeden fall schon mal weil ich gerade der rieg könnte auch defensiv spielen ja das mal zu machen und dann kommt der leitende rein so als halbstürmer so vielleicht so na die rübe da leider nichts die schon wieder vorbei, aus Ball weg Puh, knapp, aber gewonnen Okay, gut 2-1er Das war's mit der Folge Ein bisschen länger als geplant Es passiert noch Nichts mehr Okay, dann Daumen anlassen, wenn es euch gefallen hat Abo nicht vergessen Dann verpasst ihr keine Folge mehr Rechts oben die Playlist Und ich sage an der Stelle vielen Dank Bis zum nächsten Mal Tschüss